Ja, meine Freunde, wir haben jetzt nochmal News reinbekommen und zwar ganz, ganz schnell. Christian Groß hat seinen Vertrag verlängert. Das müssen wir natürlich hier nochmal als Update machen, bevor es dann heute Abend um 18 Uhr mit dem Stammtisch weitergeht. Dort werden wir natürlich auch über Christian Groß sprechen, unter anderem, aber auch nochmal über Stuttgart. Schaltet er auf jeden Fall ein, 18 Uhr. Jetzt möchte ich euch aber ein Zitat einblenden, beziehungsweise gleich ein Zitat vorlesen von Christian Groß, was er zu seiner Vertragsverlängerung gesagt hat. Ich werde euch aber den Werder-Artikel hier unten auch nochmal verlinken, dass ihr es selber nachlesen könnt. Christian Groß selber sagt über die Verlängerung, jeder weiß, dass ich mich bei Werder und dieser Mannschaft unglaublich wohlfühle. Das glaubt ihm auch jeder. Ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, diese positive Geschichte, die wir in den letzten anderthalb Jahren geschrieben haben, weiter vorzuführen. Also, das sind hundertprozentig auch ehrliche Worte von Christian Groß. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. 33 Jahre ist er, hat jetzt ein vorzeitiges Geburtstag geschenkt bekommen, denn in zwei Tagen wird er eben 34. Das muss man, sollte man zumindest noch erwähnen. Und deswegen sage ich auch zwei Sachen zur Vertragsverlängerung. Zum einen finde ich erstmal prinzipiell gut, dass es verlängert wurde. Ich halte eh nichts von diesen Auslaufenverträgen, ist immer so eine Sache. Weil ich finde, dass man Christian Groß als erfahrenen Backup auf jeden Fall in die nächste Saison mitnehmen kann. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der 6. Position eingewechselt werden. Das wäre für mich mein Plan für Christian Groß für die nächste Saison, eben mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter, dann auch vielleicht die Jugendspieler oder jüngeren Spieler mit ranzuführen. Das muss eigentlich die Option sein. Ich hoffe nicht, dass er verlängert worden ist als A-Option oder als größeren finanziellen Teil, sondern dass das auch alles im Rahmen ist. Aber davon gehen wir jetzt mal aus. Stand jetzt und hier, wie gesagt, Groß geht als 34-Jähriger in die nächste Saison mit rein und hat dann eben einen Vertrag bis 2024, also bis nächstes Jahr Sommer. Ist für mich, wie gesagt, jemand, wo du in Ruhe und Sicherheit sagen kannst, okay, der kann in der Innenverteidigung spielen. Erinnert euch noch daran, als Toprak damals verletzt war, wo Grosso in die Innenverteidigung gegangen ist, hat er sehr gut gemacht. Auf der sechsten Position eingewechselt werden diese zwei, ja, würden oder diese zwei Optionen sehe ich bei Christian Groß als Einwechselspieler, aber nochmal nicht als A-Lösung, weil man da eben wirklich die jüngeren Spieler ranführen muss, auch gerade im Mittelfeld. Ich glaube, dass es im Sommer sowieso auch eine Verstärkung vielleicht da geben könnte. Mal gucken, das warten wir mal ab. An der Stelle jetzt hier gönnen wir aber natürlich alle erstmal Christian Groß diesen Schritt allgemein. Seinen Karriereweg gönnt ihm, glaube ich, jeder, auch wenn man vielleicht mal sauer auf ihn ist oder so, wegen der Leistung dann in der Saison oder einzelner Spiele, heißt das ja trotzdem hier nichts. An der Stelle, dass man Glückwunsch zur Verlängerung von Christian Groß sagen kann. Wie gesagt, ist auch menschlich, scheint er immer ein super Typ zu sein. Von daher passt er ja auch zu Werder. Ich sage einfach nur für mich persönlich ist es wichtig, dass man den Blick in die Jugend nicht verliert und Christian Groß als erfahrene Stütze dahinter plant. Das wäre mir wichtig. Ihr könnt aber gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch anderer Meinung sein. Er ist wie gesagt 500.000 aktuell wert, also sein aktueller Marktwert. Sein Vertrag geht ja bis 2024 und in zwei Tagen wird er 34. Ich glaube, das reicht auch an Eckdaten. Jetzt erstmal Sechser und Innenverteidiger kann er spielen. Ich bin jetzt erstmal raus und bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.